Moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Worms. Heute in minimal neuer Besetzung, nämlich mit dabei bekanntermaßen der Bleddick. Und dann noch von uns der Munchkin und der Killy. Nack nack. Moin moin. So, ich darf auch gleich anfangen. Na toll. Gott, wo bin ich denn hier? Möge die Zerstörung beginnen. Erstmal raus hier, wa? Ja, ich hätte so ruhig in deinem Loch bleiben können. Immer diese Seilkünstler. Das ist ein richtiger Seil-Akrobate-Typ. Ich glaube, Chester geht leiden. Ja, ja. Warum die Würmer denn so viel lieben? Äh, wahrscheinlich, weil es klassisch ist. Ah. Ich glaube, bei Deathmatch hätten sie nur 100. Au. Jetzt hat er nur noch 75. Oh, 84 sogar. Oh. Oh mein Gott. Darf der Host erst als letzter? Das ist nicht fair. Der Wunder steht da schon echt gut, muss man sagen. Nein, das finde ich komplett kacke. Nein. Was tust du? Nein, 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 nein. Bleib da stehen. Nein, oh mein Gott. Wow. Ah, aber warte, das gibt dipht. Es wollte, dass du allein weinwznist. Es war ein SS-Affekt, den er dosis. Es wolle, dass du allein Après bist. Nein! Ich darf jetzt nicht. Jetzt gibt's noch das Restbrett. Direkt dem Munchkin persönlich, so wie das aussieht. Oh. Was? Was hast du zu? Hä? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich bin immer gespannt. Wer ist dran? Oh. Hier hinten irgendwie am Arsch der Welt. Musst du ein bisschen aufpassen. Jetzt musst du nur Schiff drücken. Damit das klar ist, du musst jetzt dem Blauen wehtun. Okay, tu dich selbst weh. Dann hat jeder dem Nächsten, der am Zug ist, wehgetan. Wieso seh ich die beiden schon ertrinken? Oh, ich hab eine Kiste und ich werde sie benutzen. Och nein. Oh, ja, super Sache. Oh Gott. Ich glaub, das war ein ironisches Super. Hast du falsch schon bekommen, oder? Nein. Ne, Lötkoll. Ich hab das bekommen, was ich auf keinen Fall benutzen werde. Erststrike? Nein, geht ja nicht. Ich hab einfach mal eine Kamikaze bekommen. Na toll. Das sind wir beide noch am Leben. Mehr oder weniger. Sehe ich das richtig, dass Flyke hier bisher noch am wenigsten abgekriegt hat? Noch gar nichts. Das stimmt so nicht. Ich habe seelischen Schaden erlitten. Dann sag ich mal Kuckuck. Oh, ich glaube, da gibt's Beef. Der Harry ist einer der perfekten Granatenhöhle, hab ich so das Gefühl. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Der ist jetzt mal so spontan. Ja. Oh, oh. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, oh, oh. Nimm eine Mine. Oh, nein. Baseball. 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 Ja. Ja, doch, das müsste reichen. Ja. Tschüss. Oh, nein. Oh, da wäre er beinahe noch auf der Kante gelandet. Double Kill. Das war fast schon Vitality. Surprise. Finish him. Hm, hm. Oh, er ist dran. Boah, ja. Er hat die perfekte Position. Hm, hm. Zeitlich hinhaut. Danke. Ah, ja, klar. Logge, logge ich. Wenn du nicht zu lange brauchst, um dir was auszusuchen. Und, was schönes dabei gewesen. Oh, jetzt kommt bestimmt was ganz böses auf mich. Ich fasse zu schade, um es für dich zu verwenden. Boah. Ja, da unten sind so viel mehr Leute. Oh, er hat eine Banane bekommen. Hm. Wahrscheinlich eine Holy. Oder das. Ja. Das rums dann auch. Aber die Banane ist halt deutlich besser als die Holy. Das ist richtig. Ja, das sind wir euch noch an das letzte Spiel, das wir da gemacht haben gestern. Hm. Das habt ihr gemacht. Äh, ja gut. Da waren nur Stein und Kili dabei. Bananarama. Äh, ich hab halt richtig heftig mit einer Banane mal kurz über 200 Schaden gemacht, glaub ich. Ui. Äh, wo bist denn du? Ohja. Da unten. Oh, oh. Oh Gott. Das war Spotti. Sorry Sean, Spotti. Das ist, ähm, ganz blöde Sache. Ganz ehrlich, Flyke hat noch viel zu wenig Beef abbekommen. Okay, ich auch. Das ist, das ist ganz normal bei Flyke. Nein, ich hab doch nie wieder was getan diese Runde. Nein, noch gar nichts hast du getan. Außer mir auf die Fresse geben. Nein, das stimmt so nicht. Sag der Richtige. Ja gut, du standst einfach nur zu Perfekt, da kann ich nichts für. Wieso tut mir das eigentlich so weh, wenn du auf Flyke schießt? Also, Kili schießt. Ups. Siehste, er tut Flyke und dir weh, gleichzeitig. Das ist Psycho. Siehst du, Kili, da... Dieses seelische Schaden. Wir sind verbündet, im Herzen, ja. Äh, sieh. Nein, ich hab noch nicht mal auf dich geschossen. Och nein, jetzt kriegt ihr auch noch ne Kerze. Du hast doch zum Kuscheln gekommen. Happy Birthday. Och nee. Das ist nicht wahr. Wofür leg ich das Ding denn auf deinen Kopf, damit du unten bleibst. Einen Schott, ganz schön, und beide platzen. Ja. Und beide platzen. Aber Chester kommt da nicht dran, der kommt besser an einen Scroll dran. Ja. Vor allem könnte er sich dort erstmal die beiden Kisten holen. Mhm. Wenn er sich beeilt. Und schießt nochmal auf Munchkin. Nein. Natürlich tut das. Ach Gott, wie komm ich da runter? Oh. What? Oh, jetzt, jetzt kommt das große Krachen. Ich glaub, ich bin gleich nicht mehr da. Banana. Ach schade. Oh, Banana. Oh, Banana. Noch einer als neun Sekunden gezockt hat. Aha. Ich hab mir sogar die... Ja, N64, und ich hab mir das auch nachher nochmal für... Nein. 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 Ähm... Wii U. Als... ...was auch immer da geholt. Ich sag doch, ich bin gleich nicht mehr da. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Was tut ihr da? Ist das ein geiles Style? Er bombt einfach mal die Map. Boah, ist das krank. Und wer steht ganz unten? Boah. Ah, toll. Und vielleicht killt mich jetzt. Hä, irgendwie war keiner als zige Blauer dabei. Ja, das ist... Irgendwie steht der zu gut. Was tut er da? Er will mich unbedingt umlegen. Nein, er will abhauen. Der will flüchten. Ich will nach oben. Okay, oder? Höher! Wow. Wie funktioniert der Wechsel? Ich krieg den irgendwie nie auf der Reihe. Äh, Space. Und dann mit Tabulato durch wechseln und dann kurz bewegen mit dem Bummen, den du haben möchtest. Ah, okay. So, konnte ich jetzt wenigstens zwei in Sicherheit bringen, weil die anderen sind tot. Das... Hab ich nicht drauf geachtet. Ist gleich so. Tatsache. Ja, Chester geht gleich. Chester geht gleich drauf. Hätte ich auch dran denken sollen. Und Scroll auch. Alle vier von mir sind unten. Warm. Jetzt blockierst du ihm gut den Weg, das ist schön. Ich hab dir nichts getan, außer dich einmal zerbombt und einmal zu erschossen. Und das und das und das und das, und das hab ich auch noch gemacht. Naja, eigentlich hab ich dich schon gut angegriffen. Kommt dann noch. Das war Chester. Oh, wer traut sich die zu holen? Oh, wer traut sich die zu holen? Keiner. Wenn ich das nächste, was ich ganz unten hab, dann hol ich die. Oh. Und der noch lebt. Ehrlich? Äh. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich liebe die Holies. Nein. Ach, komm schon. Er ist alive. Er ist alive. Er ist alive. Daniel. Du weißt, was dein Job ist. Konnte die Kiste nicht vorher das bauen? In meinem Wohnbaum versteht irgendwie das Wasser bis zum Hals, habe ich so das Gefühl. Knapp. Ich glaub, du bist farbenblind, wenn du rot von blau nicht unterscheiden kannst. Oh Gott. Jetzt kommen die ganzen Holies. Oh Gott. Willst du mich veräppeln? Einfach da hinlegen oder pochen? Nein. Ach, du Schande. Oh Gott. Oh, und Bleddick lebt noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ist jetzt dran? Ah, den brauche ich ja gar nicht. Na egal, dann gehe ich jetzt ein Munchkin töten. Nein. Ich glaube, du bist zu langsam. Ja. Na ja, stimmt eigentlich. Bleinigen wir das ein bisschen. Wie die, wie das Ding im Nichts hängt. Sag doch, der ist der Seilcheater. Bei dem funktioniert das immer doppelt so weit wie bei uns. Ja, ja, gut. Ich finde es gut, dass das nicht nur mir so aufgefallen ist. Das ist euch auch aufgefallen. Bei seinen eigenen Leuten ist alles okay. Ja, es sei denn, er nimmt das Wort Skill in den Mund. Dann versagt er. Die war schon. Nein. Nein. Kling. Kling, 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 kling. Halleluja. Und noch mal in Zweier. Und noch in Zweier. Und noch in Zweier. Hat auch nicht gereicht. Oh. Oh, gut Schaden. Na warte. Könntest du versuchen, ihn da oben runterzuschießen gerade? Ja, wenn ich in der nächsten Runde die... Oh, nö. Ich glaube, er muss sich erst mal retten gehen. Jetzt Schrotwente, Bleddick und Legion. Mhm. Ja. Und dann kriegst du sogar noch den Daniel angezockt. Oder du machst Squeezy und Legion. Das sind nämlich die beiden Führungen. Sicherheitshalber auf Squeezy. Ja, genau. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Bisschen weiter nach links laufen noch. Nein. Oh Gott. Nicht dein Ernst. Ich bin froh, dass du das erst mit Flagg versucht hast. Gegen dich heg ich kein Groll. Gut. Warum hegst du gegen mich Groll? Ich bin Zitan. Außer das Dynamit, die Hawley und der eine Schuss. Ja, genau. Erinnere dich an die letzten Runden. Ach, das ist eine New Life-Regel. Das zählt nicht. New Life-Regel. Was tue ich denn? Was tue ich denn? Oh Gott. Sie ist schwarz. Was? Nein. Das war das Falsche. Ich habe gar keinen Wechsel mehr. Verdammt. Dein Ernst? Wirf die Granate so in den Bogen. Wirf sie mit voller Kraft, dann kannst du einen Kitty erwischen oder einen Harry. Ja, ganz hinten in die Ecke rein. In diese Kuhle. Ganz rechts. Nein. Nein. Aha. Das wäre der Wurf. Ja. Und da oben hängt der Kuhle aus. Nein. Ach. Verdammt. Das ist nicht wahr. Doch. Verkackte Hacke. Verdammte Axt. Ich glaube es hakt. Oh je. Oh je. Sieht für mich aber gar nicht so gut aus. Ich bin Onyx. Das sieht für dich gar nicht so gut aus, sagt er. Ich habe einen Wurm da oben. Der kann auf nichts schießen. Jetzt kommt er auch nicht mehr da runter. Und der andere säuft gleich ab. Ja, aber der ist nochmal dran. Außerdem tötet Kili den jetzt. Ich glaube nicht. Doch. Obwohl. Kommt drauf an Wasser schmeißt. Das reicht. Ja. 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 Das war es für mich. So schnell von vorne nach hinten durchgereicht. Die war schön. Die war echt schick. Ja. Jede Menge Werkzeugkisten. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass das Seil trifft. Von da unten. Das wäre so typisch Fly gewesen. Vielleicht hat er den Schiff gerade eben ausgemacht. Damit es nicht so eindeutig ist. Es ist eindeutig was zu tun ist. Wollte ich gerade sagen. Aber es ist doch nicht so eindeutig. Hm. Ähm. Knapp. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Wieso schwanken ihr Übles? Ja. Reicht nicht mehr. Aber. Das ist ziemlich sneaky. Das ist ziemlich sneaky. Ich glaube Munchkin gewinnt diese Runde. Das ist nicht sicher. Japp. Das ist absolut nicht sicher. Dem geht es im Moment noch viel zu gut. Ja. Der hat einen vollen. Hallo? Du weißt doch. Geh nie tief ins Wasser. Denn es ist da tief. Ja. Ja. Den Stupser. Du mach den Stupser. Nein. Ja Stupsi. Reicht das? Ja. Das reicht es. Aber nicht wenn du auf ihm draufstehst. Boink. 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 Okay. Meine Firma sind gleich tot. Ist erstmal Munchkin wieder dran. Ah ne. Der hat gerade schon. Er ist dran. Ja. Squeezy und Munchkin wären auch schon tot. Also das Munchkin, wenn ich die blöde Heilige nicht verkackt hätte. Du kannst dich doch nicht selber töten. Du stehst gerade vor einem psychischen Dilemma. Lass das. Du gehst auf mich allen Ernstes? Doch. Ja. Ja. Ich habe es mir ganz kurz überlegt. Nein. Das macht ja nicht wirklich Sinn. Toll. Jetzt werde ich letzter. Oh Gott. Oh Gott. Haben wir mal was vorbereitet? Ja das zum Thema Oh Gott. Passt. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da verkackt er das. Abwärts. Oh je. Oh je. Oh je. Der ist nicht mehr dran. Sicher dass ich noch gewinne? Ne. Jetzt nicht mehr so ganz. Ich habe nicht mit der Banana gerechnet. Ganz ehrlich. Ich habe auch nicht mit der Banana gerechnet. Ich habe auch nicht gerechnet dass der da stehen bleibt. Nein. Tu es nicht. Tu es nicht. Ich habe noch was ganz ganz schönes. Was hast du denn? Noch was schönes. Ich habe auch noch was schönes. Haha. Gott. Oh Gott. Du wirst nicht. Guck mal da unten steht ein Munchkin. Bananatür. Ja der kriegt noch was ab. Oder auch nicht. Doch. Kriegt er jetzt. Das war jetzt ein locker flockiger Double Kill. Nein. Nicht letzter. Ja. Oh je. Oh je. Ach du hattest einen der so voll war. Ja. Okay. Ich werde jetzt umgelegt. Ich hatte noch zwei Bananen. Ich hatte auch noch eine. Noch zwei. Was zum. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Jawoll. Ja. Der blöde Knubbel. Okay. Ich bin raus. So ne Kacke. Die Frage was Bladdig macht. Der hat seinen Jetpack schon eingesetzt. Hm. Das war's für mich. Definitiv. Hat der das? Ah ne. Scheiße. Stimmt hat er gar nichts. Okay. Aber jetzt kommt er da nicht hoch. Seil. Was? Er hat nochmal eins. Der Wahnsinnige. Gut. Ein Seil hätte auch gereicht. Ja. Es kostet Zeit mit dem Seil. Jetzt kommt da die Banane. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht gut. Doch. Doch. Ah. Und ein klassischer Selbstmord. Kamikaze. Ja. Aber du könntest hier. eine Runde noch gewinnen. Ne. Ja. Ja. Jawoll. Boah. Der Todgeglaubte lebt am längsten. Hahaha. Äh. Ja. Eine Runde. Ich hab die meisten Würmer gekillt. Sowohl eigene als auch Gegner. Ja. Dein eine Wurmkille hat drei Gegner eliminiert. 414 Schaden angerichtet. 12 Kisten eingesammelt. 245 Schaden erlitten. Und in einem Zug 143 Schaden angerichtet. Guter Wurm. Ja. Also. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis dann. Bis dann.